Freitag beantworte ich eure Fragen, die sich über die letzten Wochen angesammelt haben. Eine Frage ist danach, wie man Nicktunes Ideen zum Einsatz von DDD für Legacy System eigentlich wirklich umsetzen kann. Dann gab es eine Frage zum Thema Multi-Repos und Mono-Repos, also ein großes Repository, in dem aller Code drin ist. Macht das eigentlich Sinn? Soll ich bei einem Bug einen Fix ausrollen oder zurückfallen auf die Version davor? Wie führe ich neue Technologien in einem Entwicklungsprojekt ein? Und was sind so zwischenmenschliche Probleme, die mir schon begegnet sind als richtig? Ich freue mich auf eure Teilnahme am Freitag.